Da sind wir wieder in unserem Chaos. In unserer Panik. Ihhh, ist ja wie Kaugummi. Ist das geil? Ja, ich mach schon. Ich muss jetzt... Du bist nicht... Hast du einen Schluck aus? M-m-m. Magensäure. Oh. Ist da draußen jemand? So lange du sie nicht hörst? Nein! Geh doch erstmal umgucken an der Ecke da. Wo du eben den Zettel aufgehoben hast. Da war... Ja, stimmt. Äh, ich will da rein! Nein! 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 Er sieht mich nicht. Wie er danzt. Wie er danzt. Eben, was geil das? Hast du den Buch gesehen? Raus rein. Oh nein! Nein! Er hat nicht gesehen, er zuckt voll. Er ist unter Ecstasy. Ich glaube, wie die klingen immer. Ja! Wie die aussehen. Ja! Schlimmer als bei dir, finde ich. Ja, meine hat nicht diese Augenbrauen, die in die Haare mit reingewachsen sind. Ja! Da! Schlimm! Voll schlimm! Meine sah noch nach Schilling aus. Na, wo ist deine Freundin? Oder hast du keine mitgebracht? Anscheinend nicht. Hoffen wir es mal. Da komme ich nicht drüber. Murphy ist zu unsportlich. Oh! Über so kleine Kanten. Er kann wirklich alles hochklettern. Häuser hochklettern und alles. Aber über kleine Kanten kommt er nicht. Na, ist hier noch irgendwo ein Spast? Irgendwie ist das immer in Snowgames. Ja. Mit den Männern. Sie kommen über alles drüber. Aber kleine Kanten nicht. Warum ist das jetzt mit dem Fragezeichen markiert? Er war bei mir von Anfang an. Ich will hier raus! Dann such! Ja, wie? Durch die Straßen gehen, wie denn sonst? Dann werde ich wieder angefahren. Schade, seit ihr ein Auto. Ja. Ja. Ha, ha, ha. Lustig. Oh, ein Stock. Sieht aus wie eine Schaufel. Ist das eine Schaufel? Sieht aus wie eine Mistgabel. Oh, ich liebe Fernwaffen. Na, ist da jetzt eine Freundin? Nö. Keine hier. Dann guck dich jetzt bei den Häusern um. Hier erstmal oder? Egal. Was war ich hier rüber? Gucken wir mal. Alle Häuser, äh, alle Straßen, äh, alle Straßen. Wo ist der Polizeiwagen? Oder ein Typ? Ne, das ist ein Auto. Das ist der Wagen. Und sobald der Wagen kommt, muss ich wegrennen. Weil sonst deine Freunde kommen. Genau. Ich glaub, der Wagen war hier oder war er hier drüben. Das weiß ich jetzt grad nicht. Wo war der Wagen? Egal. Und wenn er erwischt ist, dann läufst du. Nein, ich will es nicht. Ich will aber nicht. Genau. Ich will aber nicht. Tut mir leid. Ey, wenn ich schon ein süßer Teddybärhäut bin. Normalerweise ein Froschhäuten Teddybär. Haben ihr zwei Dutz gemacht? Ja. Was konnte ich denn grad hier aufheben? Den Briefkasten. Ne, den Backstein. Diesmal ist es wirklich ein Backstein. Hier haben wir den Pimpim aufgemacht. Den was? Den Pimpim. Was ist das? Den Vogelkäfig. Pimpim? Ja. Ja. Das kennt auch noch keiner. Ne. Da liegt, glaub ich, gerade jemand her. Glaub ich, gerade jemand her. Hä? Hoffen wir es mal nicht. Ja. Ich glaub nämlich, wir kommen auf eine Kreuzung. Mhm. Oh nein. Der Wagen ist nicht weit... Ist nicht mehr fern. Wenn wir auf eine Kreuzung kommen... Wenn wir auf eine Kreuzung kommen, der ist immer näher von Kreuzungen. Ich bin auch über mehrere Kreuzungen gegangen und wurde nicht erwischt. Und dann auf einmal... Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schau auf. Wenigstens überall bei mir sind Waffen. Was bei dir nicht war. Das stimmt. Aber ich war auch kein Bad Boy. Ich war bei den Typen Nett. Im Bergwerk. War ich auch. Trotzdem ist er gesprungen. Ja. Gucken wir mal wieder auf die Karte. Also da bin ich. Wenn du sowieso nicht weißt wohin, dann guck doch nicht auf die Karte. Ich weiß. Aber ich will zumindest wissen, wo ich auf der Karte bin. Geh mal geradeaus die ganze Zeit und... Nein! Hast du ihn gehört? Nö. Er kommt! Nein! 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 Ich dachte doch, der Wagen ist nicht weit! Ja, es ist ein geklauter Auto! Da! Es ist zu! Es ist zu! Okay! Aber guck mal da! Genau wieder herein. Ja, das ist es! Das ist es! Oder? Das ist der Anfangspunkt, wo ich immer wieder hinlaufe. Guck dich da oben, ob es da ist. Oder? Ist es da? Nein. Oder? Also du konntest da gerade was machen. Ja, was aufheben. Flasche. Nackst. Nee, das ist nur ein Pfahl. Ah, hebe mal auf, warte. Ein Pfahl. Hebe doch mal auf und guck's dir an. Und... Was ist denn das? Das ist, glaube ich, das Teil, was ich dir vorhin erklärt habe. Und wo ist dann hier die Leiter? Ich weiß es nicht. Guck dich um. Möpfe, zeig dich. Ich will das Ding sehen. Ach, Möpfe, du sollst dich nicht drehen. Ich will das Ding sehen. Dazu musst du es anders halten. Das ist einfach nur ein abgebrochener Zaunpfahl. Okay. Hätte ja sein können, dass du so schnell... Nein, nicht schnell. So weit schaffst. Aber... Das Haus hat auch so ein Gerüst, wo du dann drüber laufen kannst. Okay. Aber hier bin ich wieder auf der anderen Straße. Kannst du da durch die Tür gehen? Ja. Nicht da, da. Wo? Wo ist hier eine Tür? Da, das Tor? Nein. Wo ist denn hier eine Tür? Wenn du geradeaus zu dieser Tür gehen würdest. Also nicht da. Umkehren. Da. Und dann links. Achso, da. Ja. Auch so blende Frösche. Nö. Oh. Die Tür ist offen. Siehst du das? Die Tür ist offen. Und du kommst da nicht durch. Hier ist offen, aber ich komm da nicht durch. Oh. Aber... Dann geh mal drumherum und geh zu dem Haus. Ich glaub, du musst von der anderen Seite dahin. Weil hier sind die Garagen. Glaube ich. Kann ich hier nicht rumgehen? Unwahrscheinlich. Durch. Durch du? Ja. Dann sag ich so. Okay, dann... Ich schreib jedes Mal von Murphy's Chappen. Ich hasse langsam dieses Spiel. Ich nicht. Ich weiß, weil du... Das ist das erste Spiel, wovor ich Panik habe. Nein. Wovor hatte ich noch Panik? Ein Spiel, was wir nicht gespielt haben. Ich mach jetzt keine Werbung. Calling? Nein. Ein Spiel, was wir nicht... Ist das Haus? Ja, das ist das Haus. Ein Spiel, was wir nicht gespielt haben. Aber ich hab mir gesagt, mach keine Werbung jetzt. Hier war ich auf jeden Fall auch. Das ist wieder ein Hammer. Du bist Hammer. Ich kann mich da nicht durchschlagen. Nein, war das hier das mit dem Fenster? Aber dann ist das ein Haus auch mit so einem Gerüst. Das ist das erste Haus, wo ich rumlaufen kann. Ja. Es gibt nicht viele Häuser, wo ich rumlaufen kann. Make it, make it. Wollen wir mal hier uns hinsetzen und Tee trinken? Ja. Hast du Tee dabei? Ah, nö. Aber das sind Bierflaschen. Ja, wir trinken mal ein Bier. Ja, wieso nicht? So, wir sind jetzt einmal rumgegangen. Kannst du rein? Nein, hier ist doch... Ach, geht hier gar nicht. Die Tür. Verschlossen. Tür verschlossen. Tür verschlossen. Wir sind nicht durchgekommen. Ja, ich hab's verstanden. Jetzt kling ich wieder wie, als käme ich von... Was weiß ich. Sankt Pugustan. Sankt Pugustan? Hör auf! Dann musst du mir zeigen, wo es ist. Shut up! Ich? Nein, nicht du. Der Polizeiwagen. Nee! Da kann ja eigentlich wenig passieren. Ach, meine Freunde sind so nett und kommen gerne auf anderen Leuten, ähm... Grundstücke. Ich hab... Mir fehlte das Wort. Da sind meine Freunde nett drin. Mhm. Kennst du doch. Komm ich hier durch? Nein. Nein. Nein! Nein! Wo? Nirgendwo. Ach so. Regte mich nur gerade auf. Guck mal, vor allem. Er rennt und die Treppe läuft er so langsam. Na? Ich weiß. Er könnte ja hinfliegen. Klar, er fliegt die Treppe runter. Da bin ich. Mhm. Du musst dich leider weiter umgucken. Wie gesagt, wenn, dann such die U-Bahn. Da kommst du her. Geh da hin, wo ich herkomme. Ich renne wahrscheinlich... Ja, ich renne wieder auf eine Kreuzung zu. Egal. An jeder Kreuzung bis jetzt bei mir kam dieser scheiß Polizeiwagen. Dann ist das halt so. Ich weiß nicht, warum. Dieser Polizeiwagen hasst mich. Die hassen mich alle. Das Beste wäre bei der Pulli. Ja. Da warst du auch schon. Ein selekter Spiel. Dieser Mann hasst mich. Ach, jetzt bin ich wieder in dieser Gruppe. Nein, wenn ich geradeaus gehe, dann kommt der Pulliwagen wieder. Wenn ich geradeaus... Dann bleibt ja keine andere Möglichkeit. Wenn ich geradeaus gehe. Und da war eine Sackgasse. Geradeaus. Hast du da auch schon alle Häuser kontrolliert? Nein. Er kommt gleich wieder. Er kommt gleich wieder. Außer der Schatten. Ach, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sind wir schon lange gegangen. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren sie wieder. Das ist jedes Mal. Wir greifen sie an. Hier waren sie wieder. Hier waren sie wieder. Das ist jedes Mal. Wir greifen sie an. Kein Schiss. Wo? Wie sie da läuft. Siehst du die? Ehrlich nicht? Nö. Kommt sie nicht um die Kante herum, oder was? Da ist doch nirgendwo eine. Doch. Oder? Da ist nirgendwo eine. Doch, da läuft eine. Ich glaube, da läuft eine. Komm, ihr Bitch. Geh mal da hin. Nein. Garantiert nicht. Garantiert nicht. Das kannst du vergessen. Dann halt nicht. Jetzt bist du bei den Garagen. Meinst du? Ach, das ist ein Rohr. Da. Alle, Schaufel. Ach, das ist die kaputte Schaufel. Okay. Die haben wir schon so zerdeppert. Dass sie da stehen bleibt. Oh, was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Da war ich nie. Und jetzt ist es das. Das wär's. So lange herumgelaufen, um das dann so zu finden. Ja, durch reinen Zufall. Nur weil ich neugierig bin. Neugierig ist, das Katz ist tot. Oder wie sagt man? Das Frosch ist tot. Ja, für mich ist es ein Frosch. Zirgelstein. Ich glaube, da kommst du nicht her. Was kann ich da aufheben? Wieder ein Zirgelstein? Ne. Was kann ich hier aufheben? Achso, ich steh drauf. Äh, was ist das? Ein Pfahl. Ein einfacher Holzpfahl. Guck, und hier kann ich ganz einfach durchs Gebüsch gehen, aber sonst schaffe ich das ja nie. Ja. Der erste, ähm, Mann oder Person, der durch, äh, das Gebüsch gehen kann. In dem Spiel. Na, kommen die Bitsches, mit ihrer Macker. Den Macker muss man immer so, äh, zuerst töten. Ich schwör's bloß nicht auf. Ich weiß. Sonst, äh, schreist du gleich wieder. Ich glaub, das war die Ecke, wo mich, äh, in der Aufnahmepause, wo ich wollte gerade ne Pause machen, stand hier so schön und da kam sie. Gut möglich. Ich glaub, das ist die Ecke. Und ich bin wieder im Kreis gerannt. Äh, 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 ich renne... Wo bist du denn jetzt? Wieder... Nein, das ist nicht das Polizei. Ich bin ganz woanders. Siehst du? Oh. Wir haben mal Fortschritte gemacht. Oh. Guck dich an den Häusern um. Ich bin fast durch die halbe Stadt gelaufen, um zu... nach ne, äh, Straße zu gucken. Und du? Gegenüber wäre wieder das Polizei... Ne, mit Dings. Ich bin durch die ganze Stadt gelaufen, um nach neun Ausweg zu suchen und du läufst immer im Kreis. Ich lauf irgendwie immer im Kreis. Was ist denn das? Das kenn ich ja auch immer nicht. Das kennen wir ja auch noch nicht. Oh, was ist denn das? Ist das das? Fenster? Also hier ist bis jetzt kein Fenster. Aber leuchtete es doch gerade. Es strahlte sich förmlich an. Also da. Auch für blinde Frösche. Ha! Da war ich nämlich auch. Aber das war ein Kellerfenster. Ja. War bei mir auch so. Also sind wir richtig? Ja. Aber ich kann es auch wieder verlassen. Ja, ich weiß. Man kann auch wieder raus. It scares me. Bitte? It scares me. Ach so, das ist wein. Ich dachte gerade, wir lachten da. Das hatte ich nicht. Ach so, wir haben... Ton gar nicht die Latte gestellt. Mein Gott! Hm, wir müssen die Folge wieder beenden. Dann beenden wir eben wieder die Folge. Ich rede mit vollem Mund. Mit diesen schrecklichen Tönen. Unglaublich schreckliche Töne. Und mir gefallen die... Der hinterlasst wieder Kommentare und alles mögliche. Ich hoffe, uns bringt gleich nichts... nichts an. Und auf Wiedersehen.